guck dir das an er hält sich nicht fest man ist es nervt einfach es nervt einfach guck mal ich werde runter gedrückt er nicht man alter junge 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 es regt so auf man es regt so auf wie so ein scheiß verschissen in zucht scheiß account zu haben man regt mich das auf ja rf heißt eigentlich rl heißt eigentlich mal real life schnauze rocket league ja schnauze mann 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 wenn ich ritter bin kommst du wieder gerne gucke ich gerne oder haben wir wieder das hier man wieder nur weggedrückt wird so let's go wenn er da auch nicht so lange rumliegen würde er ist wieder betäubt der typ ich kann gar kein bus bekommen jawohl na erster zweiter dritter vierter ach schade aber egal trotzdem gut der rütter ist so fett braucht kein bus ich wusste du bist manchmal so handverlesen also ich weiß schon manchmal was du schreibst wenn ich irgendwas sage ich weiß schon was du schreibst ne ich hab mich vermisst und da kommt der arsch wackele mode naja jetzt wird das nur bestrafung naja warum kommt was geht es jetzt auf dem buchhauen ja ja mal ganz kurz konzentrieren jetzt hier haben wir die ich bin sofort weggeblockt nicht aufregend werden du hast es geschafft schnauzeiten scheiß auf die bodyblocks scheiß drauf ja okay scheiß drauf digger guck mal das hast du nicht auf pc dieses bodyblocken dieses backgedrückt und dass du halt diesen spin hast du bist einmal kurz leicht getroffen am ärmel und du machst da so den übelsten spinn ey einfach mal meinen mates folgen hier ich vertraue ich jetzt jungs ja wie ihr seid falsch okay guck mal wie einfach die masse einfach keine ahnung hat und einfach dumm folgt ich bin einmal umgekippt weil ich irgendwie nur leicht berührt wurde auf der rutsche der machte erstmal so ein breakdance weißt du das hast du auf pc nicht das ist was ich meine drache ist auch geil aber der ist irgendwie auch zu groß den würde ich glaube ich auch sogar nur einmal spielen aber ne status bruch ich finde statu gar nicht mal so gut diesen armoor skin der ist einfach nur zum flex da weil wenn der armoor skin so geil wäre würden den auch leute spielen mit den normalen skin weißt du was ich meine dieser normale armoor skin aus dem battle pass der hat einfach nur eine grüne wird nur grüne flügel und grünen kranz da ist sonst kein unterschied außer jetzt vielleicht von der helligkeit noch aber der mich festhält man alter geht auch weg gottes willen guck ich das an wie man fokussiert wird von den scheiß fischern man wenn wir das überleben gewinnen wir das einmal überleben guck mal es ist es verfolgt mich einfach wie hieß der idiot der mich festgehalten hat man wo war er hält mich die ganze zeit fest der dully nein ich bin ein echter gangster ich glaube in der bäckerei guck mal er rennt mir sogar hinterher warte mal wer ist das ich fick dich original ich kann nicht aufstehen guck dir das an hilfe aber der punkt ist nicht der wie hart einer zuschlagen kann es zählt bloß wie viele schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht nur so gewinnt man haben wir jungs kommen so wo ist der vogel jetzt die gewinnt durch die festgehalten wir sogar hinterher dieser komische rattenhochst kinder ist das du hast du noch einen zum gründen drachen nein 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 ruhe das grundlos zur polizei vorgaben was hast du wieder gemacht wahrscheinlich wegen so einen typen mit dir auf arbeit der kunde war wahrscheinlich oder auch gut unsere mails sind so dumm man wenn wir das gewinnen haben sind wir wenn wir das gewinnen sind haben wir das der ist sogar im gegnerteam der typ der kevin zu baza aber wenn die taube das checkt guck mal das war sogar eigentlich mein tor gewesen egal hauptsache hauptsache drin das war sogar mein tor eigentlich habt ihr das jungs ach was guck dir an ey egal scheiß drauf konzentrieren weiter 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 das andere so dolle bälle schießen können jawoll eckschuss flach ins eck die halte auch richtig dumm fest die ganze zeit die leute da jetzt wird knapp als man denkt rein damit die haben nein komm geh rein geh rein fast mal so klar was 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 nicht der darf jetzt nicht reingehen ey was die für schüsse haben man guckt euch das an aber egal raus mit der fischer raus bei bei kevin wenn der dies nicht allzu krass ist äh trago ich mag das finale eigentlich lustigerweise obwohl das der größte bruch war bei mir so einmal belieben jetzt hier noch festhalten jungs habt ihr ihn ja ich glaube ihr habt ihn ja der andere ist hier oben der finger ist da das ist nicht für mich von dem einen typen fangen lassen da war ja schon da war ja schon da war ja schon da war ja schon ey ey ja jetzt geht er hoch ey meine fresse Als ob die es jetzt so schwer machen, WTF Das kann nicht wahr sein Der hält sich aber auch bewusst weg von uns, ne? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der zweite? Da ist doch noch ein gelber irgendwo Hä, bin ich bescheuert? Ist doch der einzige jetzt, oder? Was ist denn der andere von denen? Hä, bin ich blind? Das sind doch nur drei Falks, wo ist der letzte? Ey, sagt man, muss nicht, dass er hackt oder sowas Wo ist denn der letzte? Oder ist das ein Anzeigefehler? Ach, da oben ist er, kann ich schon sagen Da oben ist er Da oben Wo man da auch gerade war Get over here Jawohl, nice Sehr gut Da haben wir doch den ersten Win hier Jaja, der war ein bisschen glüppschig, ne? Aber ich hab den letzten gar nicht gecheckt, wo der war GG Unglücklich abgefälscht Ja, kein Problem Passiert, Elise, passiert Aber allein das Prinzip, dass ich schieße Es passiert nichts Und da hat man ja gesehen, das ist ein ganz normaler Server gewesen Wo D-Sing nichts damit zu tun hat Deswegen, das wird einfach, äh Wie so ein Coinflip Entweder kannst du hart schießen oder nicht Deswegen, ich unterstütze kein Game, wo einfach Ein Haufen Bugs entscheidet Oder D-Sing einfach so ein Schrott ist Das macht einfach keinen Spaß Guck mal, wenn ich jetzt PC-Spieler wäre Ich hab den 4-Knopf komplett durchgedrückt Er hechtet einfach Eine Sekunde später, weißt du Also wenn du Fallgeist weiterspielen willst Musst du generell auf PC switchen Das ist das Erste, was du machen sollst Aber warum sollte ich, weißt du Warum soll ich ein Spiel auf PC switchen Nur weil du halt einen Vorteil hast Da fängst du schon mal an Da fängst du schon mal an Ich hatte das mal beheben, dass der PC-Spieler Entweder nicht so schnell springen kann Oder dass der Playstation-Spieler auch so eine schnelle Drehung Oder diese Spins hinkriegt Ne, warum auch Da fängst du erstmal schon mal an Dieser PC-Vorteil auch Rausfliegen kann man mit schlechten Mates Keine Frage Ja, ich seh das Also ich seh das anders Also klar kann man rausfliegen Ich weiß schon, was du meinst Aber Das ist einfach das Prinzip dahinter Dass du einfach wirklich nur die schlechtesten Mates bekommst Ich weiß nicht, ob du dabei warst Ich weiß gar nicht, ob ich den Clip sogar Als Command gemacht habe Ich glaube nicht Wo ich dann mit Nudelfisch wirklich In Duo Zwei andere Mates hatte Die wirklich mit einem Taschenrechner spielen Es gab glaube ich noch keine Schlechteren Mates In der Geschichte von Fallgeist Als diese Spieler Wir hatten wirklich sechs Minuten Hexenwerk Unfassbar Und wir haben das echt noch verloren Durch diese Dullis Ja, Random Squad Spiel ich ja auch nicht mehr seit langem Ich hab's damals nur für Aufträge gemacht Weil damals gab's ja immer diese Aufträge Du musstest in Squad Runde drei erreichen Oder sowas Weißt du was ich meine? Früher war's ja so Die ersten Aufträge Da hieß es ja Spiele mit einem Freund Aus deiner Freundschaftsliste Weißt du? Oder Gewinne mit einem Freund Aus deiner Freundschaftsliste Das haben sie ja Schon geändert Also dass du auch gezwungen bist Mit wirklich Freunden zu spielen Und damals musst du dir vorstellen Als diese Aufgaben ja kamen War ja schon vorgeist Irgendwie Guck dir das an, Alter Ich kann nicht mehr Ich hab keinen Bock, Alter Dieser Drecksbeschiss, Mann Junge, regt mich so eine Pisse wieder auf Ja, du warst ja gezwungen Diese Aufgaben zu spielen Weißt du mit Mates Und diese unsichtbaren Wände Wenn du fällst Und hechtest Du wirst Buchstäblich nach Innen gedrückt Oh, je, ey Ruhe auf die überlegenen Plätzen Du kleine Pummel-Fee Schnauze nach vorne Komm mal ran auf den Meter hier Du pummelst mich gleich Gib mir mehr Immer diese Versprechungen hier Kloppt doch gleich ne Bude rein, ey Jetzt zählt dich der goldene Neid ein Den du von anleihen wolltest Ja, zu spät So, wieder Wandsturm Yay Hm Er steht da auch wieder richtig geil hier Guck dir das an Andere können direkt rüber Egal ob da jetzt fünf Leute im Weg stehen Du wirst komplett nach hinten geblockt Du kannst dich nicht hochziehen Es ist so ein Quatsch Dieses Game Es ist so ein Inzest Game Ich sag's euch Unfassbar Guck dir das an Er hält sich nicht fest, man Es nervt einfach Es nervt einfach Guck mal Ich werd runtergedrückt Er nicht, man Oh, Alter Junge, Junge, Junge Es regt so auf, man Es regt so auf Wie so einen scheiß Verschissenen Inzucht Scheiß Account zu haben, man Regt mich das auf Jeder Spieler kann hier rüber springen Und kann mich blockieren Es passiert nichts, man Boah, Junge Soll einer sagen Vorreis macht Spaß Es ist so ein Blödsinn, Junge Oh Bin ich froh, dass ich diesen Solo-Winchen habe Mit den Goldenen Rittern Wie gesagt, es ist Ende Ne Das kann man sich nicht geben Schnauze-Cat Der Einzelne, der einen Tor geschossen hat Ja, so kann man es auch sehen, Liese Oh, geil Alle nur wegen dem Wage hier Ich glaub auch Ich glaub auch, Wax Ja, du kannst spielen, wie du willst Das ganze Game ist einfach gegen dich Guck dir, du hast wieder von der ganzen Lobby gejagt Guck mal, der kriegt sogar noch einen Boost von dem Hammer Das ist frech Der hätte mir fast den Schweif abgenommen Oh, bitte jetzt nicht hier rausfliegen in dem Game, bitte Ich will einen Win haben Das kann doch nicht so schwer sein, Leute Ich hab's nicht berührt Weil es eine scheiß vernuttete Hitbox ist, Alter Wo dieser scheiß Nutten-Spieler wieder bevorzugt wird, Alter Gebt mir das wieder auf den Sack, Alter Verpiss dich, Grün, ihr seid eh weiter Obwohl, ne, scheiße Obwohl jetzt, oder? Na klar, Verlängerung auf den letzten Meter, Mann Das kann nicht sein, Mann So, es kommen noch 100 pro 2 Team-Games Obwohl, eins nur noch Hast du den Schweifgut in der letzten Sekunde? Ja, easy Wie ganz, solange man am Ende weiterkommt Wie ganz, solange man am Ende weiterkommt Der Blau hat wieder so ein Deezing aus der Hölle Hört ihn fest, nice Obwohl Team Blau schon ziemlich gut ist, glaube ich Also Team Blau wahrscheinlich, denn Jippie aje Bitte kein Wichs-Fußball, Mann Gib Rollbahn oder sowas Bitte kein Wichs-Fußball, Mann Das geht so auf den Sack, Mann Wer ist denn einer, der den einen Spieler mal ärgert? Helise Der gibt aber auch nicht auf, der Typ, ne? Die denken, die haben noch Hoffnung irgendwie Mit ihren 18 Punkten Der wär schon längst raus Wird mir das gar nicht geben, glaube ich Na klar Die Sieg muss wieder retten, oder was? Oh, jetzt aufholen der Akt von Gabe, oder was? Die letzten 8 Sekunden Bam, Junge Der Tobi war vorhin da Oh, let's go, bitte, bitte Ich bin unten rechts, ich bin unten rechts Eine Million Clips, ja Erst Hardcore Wage Und dann auch, ja Solange man am Ende weiterkommt Natürlich, normal Normal Wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann weißt du Was jetzt hier gleich passiert Gutes Final, ja Eigentlich ist das ein gutes Final Aber wenn man es halt wieder lange nicht gezockt hat Wie hat ich versucht unten rechts zu bleiben Das ist meine Ecke Oh, bitte, ey Unser Final jetzt hier Und bitte nicht behindern Oh Gott War schon zu lange ine Und wieeniz Ihr komm bitte 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 nein das kann ich auch das kann nicht so gut jawohl ich habe schon gedacht man kann leider nicht gucken wie die anderen so drauf sind eigentlich ja sagt es ist ein geiles final so eine finals müssten im solo sein und auch generell und einfach mal ein bisschen nachdenken musst gutes abschluss bild jawohl oh man das würde ich mir so sehr im solo wünschen dieses final da machst du locker keine ahnung eine 80er squeak ja